Hallo, ich möchte mich als allererstes mal dafür entschuldigen, dass die Qualität nicht so toll ist, aber jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Technik hasse und ich will mich damit auch gar nicht auseinandersetzen und das ist jetzt so, wie es ist. Ich habe mir gedacht, dass ich regelmäßig Aufnahmen machen will von dem Gegacker mit meinen lieben Hühnern und deshalb habe ich jetzt einen Mitschnitt aus WhatsApp. Da ging es eigentlich nur darum, dass ich mich bei meinen Hühnchen melden wollte und da ist dann das hier entstanden. Also hört es euch an, habt hoffentlich Spaß dabei und ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Das hört sich aber traurig an, geht das nicht ein bisschen fröhlicher? So, fröhlich genug? Apo, wegen dir kann ich jetzt nicht schlafen, weil ich mir die ganze Zeit die Sachen anhöre und dabei kichern muss. Vielen Dank auch! Du hast Bock, Bock, Bock und Hühnerknudeln geschrieben, Bockhaken. Daraufhin wollte ich Bockhaken und dann du Bockhaken und hast gesagt, dass das trauriges Bockhaken ist und dann wollte ich Bock, Bockhaken und... Ich verstehe nur Bockhaken. Ich verstehe die ganze Zeit nur... Bockhaken. Entschuldige. Ich spreche ja Hühnisch, Hühnerisch, Hühnerisch, wie auch immer. Das ist alles gut. Ich finde es ja toll, dass du Bock, Bock, Bock machst. Hühnisch, Hühnerisch, Hühnejasisch und so weiter und so fort. Ja, ich habe Taggy Putt gemacht. Warte, warte, bei den Minions machen sie mal Bido, Bido. Geht das auch? Kann man daraus ein Feuermelder machen? Ich will so einen Alarm haben. Ein sohn. Ja, wie auch.